Die Wege mit dem Club haben sich oft gekreuzt in der Vergangenheit, jetzt kreuzen sie sich wieder für die nächsten fünf Jahre, definitiv, da freue ich mich sehr drauf. Gerade auf dem Exklusiv-Partner-Bereich, da sind wir besonders stolz, dass wir die Firma Wörl gewinnen konnten. Jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht nur schick aussehen, sondern auch erfolgreich Fußball spielen und ich glaube, dann passt das alles sehr, sehr gut zusammen. Hallo und herzlich willkommen, der Club-Talk nach dem 23. Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga und wie immer nach Auswärtsspielen befinden wir uns im Modehaus Wörl. Für uns geht es ja eigentlich um zwei Dinge. Punkt A ist es, dass wir ja nach längerer Zeit wieder als Club-Sponsoren dabei sein dürfen und können. Und zum Zweiten ist es natürlich firmenintern eine sehr schöne Sache und glaube ich gemeinsam ein bisschen spaßsam, aber auch ein bisschen Erfolg haben. Also wir haben im Endeffekt die Fußballeranzüge der Firma Karl Groß quasi zugeschneidert. Das Outfit war bestehend aus Primeshoes, aus einem Hemd und aus einer Krawatte und dem passenden Anzug. So wie ich es gesehen habe, sahen sie echt gut aus. So wie ich es gesehen habe, sahen sie ganz gut aus.